Mit dem Angriff Steiners muss das alles in Ordnung kommen. Felgelein! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrascht! Das heißt, Sie können Felgelein nicht finden. Verrascht! Die Gruppe Steiner wird von Norden her... Haben Sie noch zwei Fägelein im Befehl? Ich glaube! Bringen Sie mir Fägelein! 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 Wir können den Gruppenführer Fägelein nirgendwo finden. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Ich übernehme für alles... Niemals! Kommende Generation dankbar sein! Kommende Generation dankbar sein! Kommende Generation dankbar sein! Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Er ist nicht in der Mutter. Was soll das heißen? Sie können Felgelein nicht finden! Verrascht! Ich will Felgelein sehen! Ich will Felgelein sehen! Fägelein! 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 Kapitulieren niemals! Fägelein! Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können... Die Gruppe Steiner wird von Norden! Haben Sie noch zwei Fägelein im Befehl? Ich glaube! Soll er halt uns darin hindern, selbstständig zu denken? Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Wie bitte? Die Generalität ist doch geschmeißenes deutschen Volk! Aber mein Führer, die 12. Armee erschiebt nach Westen, Richtung Elbe! Dann sollt ihr Armee! Sie können den Gruppenführer Fägelein nirgendwo finden! Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden! Sofort!